wie willst du das mit der toiletten machen im gefängnis was soll ich damit machen duschen hat man glaube ich nicht im zimmer ja da wird man schon eine lösung finden denke ich ich weiß nicht einmal wieder sind am gefängnis abläuft in deutschland ich habe mich noch nie damit beschäftigt und befasst also ich habe keine ahnung